Hallo liebe YLs, S4Ls und OMs. Willkommen zum wöchentlichen D0LQTC. In den nächsten drei Videos soll es um Konfigurationssoftware für das CAN Mutant vom Gerät THD74 gehen. Da ist zuerst das ARFC-D74 zu nennen, mit dem die VFO-Einstellungen gesteuert werden können. Dann das MCP-D74 auch von CanWatch. Es dient dazu die Speicherkanäle zu verwalten und auch die Settings zu konfigurieren. Und als letztes gibt es den THD74-Programmer von RT-Systems, mit dem auch die Speicherkanäle und die Konfiguration vorgenommen werden kann. Heute also das RFC-D74-Programm von CANWOOD, mit dem der VFO gesteuert wird. Diese Software setzt voraus, dass der virtuelle Comport-Entreiber von CANWOOD bereits installiert ist. Es gibt ihn kostenlos zum Runterladen auf der Webseite von CANWOOD. Mit einer Google-Suche nach CANWOOD THD74 Download beispielsweise findet sich die Seite leicht. Also jetzt muss zuerst dieser THD74-AE, Virtual Comport-Treiber, runtergeladen werden, installiert werden. Das ist kein Rocket Science, das funktioniert straight-forward und sobald der drauf ist, kann man das Frequency-Control-Programm ARFC-D74 runterladen, auch installieren. Und wenn es dann installiert ist, ist es an der Zeit, das CANWOOD-Gerät mit dem USB-Kabel mit dem PC zu verbinden. Der Treiber sollte es erkennen. Man hört es dann auch am typischen Klick-Klick von Windows, sobald ein USB-Gerät angeschlossen und erkannt wurde. Jetzt kann die Software gestartet werden mit einem Doppelklick auf dem Desktop. Es dauert ein Weichen, bis es geladen wird. Jetzt sollte man die andere Software auch noch schließen. Wenn das Programm zum ersten Mal startet, muss man festlegen, auf welchem COM-Port. Das CANWOOD-Gerät läuft und konfiguriert ist. Bei mir ist das COM27. Es gibt im Gerät COM3, COM4, dann kommt lange, lange nichts und als nächstes COM27. Das ist dann dieser virtuelle Treiber von CANWOOD. Und jetzt läuft die Software. Das Gerät nimmt die Verbindung auf und wir hören es schon am Rauschen. Jetzt ist das verbunden. Tatsächlich kann man nicht sehr viel machen mit dieser Software. Der VFO lässt sich steuern. Ich kann die Frequenz einstellen. Mit der Maus kann ich sie steuern. Mit dem Rädchen der Maus oder aber auch mit den Maustasten gehe ich beispielsweise hier auf 145, 325. Dann höre ich dort den Deutschlandrundspruch. Laufen. Ich kann in der Software die Modellationsarten einstellen. FM, AM, Lower Sideband, Upper Sideband. Das ist allerdings alles sehr, sehr eingeschränkt. Funktioniert auch nicht immer. Wer die Software kennt, die CANWOOD geschrieben hat, um das TS480 zu steuern, dann allerdings über die CAD-Schnittstelle. Der wird sehr verwöhnt sein. Das sieht im Kontrast dann so aus, dass ich wirklich das Gerät ein- und ausschalten kann, die ganzen Settings verwenden, den Scanlauf starten und vieles mehr und eben auch senden kann damit. Das ist mit der Software für das CANWOOD-Handfunkgerät leider nicht möglich. Aber immerhin, es macht genau das, was es verspricht, nämlich den VFO zu steuern. Es steuert auch die Lautstärke. Das allerdings ist der Ton, der aus dem Lautsprecher des Handfunkgeräts selbst kommt. Das ist nichts, was jetzt auf den Computer umgeleitet wird. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen über diese Software? Man kann Frequenzlisten anlegen und sich dort Speicherkanäle festlegen, wie ich das hier mit dem Deutschlandrundspruch auf der 145 325 machte. Da kam noch mehr rein. Man kann es reinkopieren, editieren und dann entsprechend aufrufen. Was allerdings passiert, wenn man das Programm beendet oder wenn man das Gerät jetzt abzieht vom Computer, dann bleibt es in diesem Detect-Output-Modus hängen und da kommt man jetzt so einfach auch gar nicht mehr raus. Also da hilft kein kein Druck auf den Modus-Button und beim VFO nicht. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Da können wir auch wieder nach FM gehen. Was wirklich hilft, ist im Menü die Grundeinstellung aufzurufen. Im RX-Menü gibt es bei 102 das Setting Detect-Out-Select und dort muss man dann von Detect zurück auf Off bzw. Audio-Frequency und dann sind alle Frequenzen wieder frei und zur Verfügung und lassen sich verändern. Der VFO-Modus ist im Single-Modus, im Single-VFO-Modus. Das lässt sich aber auch mit Funktionen dual wieder zurückschalten. Mehr gibt die Funktionen nicht her. Wie gesagt, es bleibt ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Man darf gespannt sein, ob Kenwood hier noch ein bisschen nachlegt und eine neue Version rausbringt, die vielleicht mehr kann. Immer vorausgesetzt natürlich die Schnittstelle zu dem Gerät gibt diese Funktionen dann auch her. Da dürfen wir gespannt sein, ob es noch mehr gibt. Das war es schon für heute. Das nächste Video handelt dann von der Software MCP D74, auch von Kenwood, mit der sich die Speicherkanäle und die Konfiguration verwalten lassen. Bis dahin wünsche ich 73, habt spannende QSOs und Bye Bye.